Diese Woche nun tauchen neue Vorwürfe in Zusammenhang mit der FPÖ auf. Von Absprachen zur Zusammensetzung des Vorstandes der Casinos Austria und Deals mit Novomatic ist da die Rede. Bei Heinz-Christian Strache und dem ehemaligen FPÖ-Klubobmann Johann Gudenus werden Hausdurchsuchungen durchgeführt, bei denen auch Handys beschlagnahmt werden. Was sagt nun der ehemalige Vizekanzler zu all dem? Mein Kollege Patrick Gruska hat ihn dazu ausführlich befragt. Im Bild neben Heinz-Christian Strache werden Sie dann gleich dessen Anwalt sehen, der auf dessen Wunsch hin beim gesamten Interview anwesend war. Zum einen ist man mal fassungslos und entsetzt und vor allen Dingen macht es auch Angst und es macht betroffen, was alles möglich ist. Die Grundlage war eine anonyme Strafanzeige, die substanzlos ist. Und die rechtfertigt keine Hausdurchsuchung und sie rechtfertigt auch keine Handybeschlagnahmung. Und da muss ich schon festhalten, dass man da den Eindruck hat, es einerseits mit einer Willkür und auch mit einem Unrechtsakt zu tun hat, mit einer politischen Motivation dahinter. Wenn dann der Bundeskanzler mit mir in einem Satz einer anonymen Anzeige erwähnt wird, wo er mit mir eine Abstimmung getroffen hat, na, 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 das ist eine Selbstverständlichkeit in einer Regierung, dass man sich abstimmt, welche Personen werden vorgeschlagen und können sozusagen vorgeschlagen werden. Das ist eine Selbstverständlichkeit. Aber dass dann keine Ermittlungen dann bei der gleichgenannten Person des Ex-Bundeskanzlers stattfinden, ist schon sehr eigenartig. Und dann gibt es noch die Anweisung des damaligen Finanzministers, ÖVP im Übrigen, an den Aufsichtsratspräsidenten der KASAK, ÖVP im Übrigen, wo ebenfalls nicht ermittelt wird und keine Hausdurchsuchungen stattfinden. Also da kann ein jeder erkennen, das hat eine politische Motivation und das macht Angst. Warum war es denn der FPÖ, warum war es Ihnen so wichtig, dass Peter Siglo in den Vorstand der Casinos Austrias kommt? Man macht sich bei allen möglichen Vorschlägen Gedanken, welche Experten, welche Persönlichkeiten können dafür in Frage kommen. Und da ist der Vorschlag der FPÖ auf Peter Siglo gefallen. Bei so Vorstandsbesetzungen gibt es natürlich auch immer Personalberater, die die verschiedenen Vorschläge überprüfen. Im Fall von Peter Siglo hat der Personalberater ganz klar abgeraten und ihm die Qualifikation abgesprochen. Warum wurde Peter Siglo dann trotzdem in den Vorstand nominiert und auch bestellt? Das kann ich nicht beurteilen und kann ich auch nicht bewerten, denn in unseren Augen haben wir ihn ja vorgeschlagen, weil er die Qualifikation hat, aus dem Bankenmanagementbereich kommt, auch unternehmerisch erfolgreich tätig war und daher auch die Qualifikation hatte. Ich kenne das auch, kannte das auch nicht. Da müssen Sie dann den zuständigen Aufsichtsratsvorstandsvorsitzenden dort fragen und seinen Stellvertreter und den Aufsichtsrat, denn die haben das zu bewerten und zu beurteilen. Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft überprüft ja jetzt derzeit den Verdacht, dass es einen Deal gegeben haben soll rund um die Bestellung von Peter Siglo. Da werden Sie genannt, da wird die FPÖ genannt und es wird Novomatic genannt. Ich kann gern kurz auch aus dem Hausdurchsuchungsbefehl zitieren, den kennen Sie eh auch, in enger Abstimmung mit dem damaligen Vizekanzler Heinz-Christian Strache wurde dabei im Gegenzug eine wohlwollende Unterstützung der Novomatic bei wesentlichen regulatorischen Glücksspielbelangen durch die FPÖ ausgemacht. Gab es diesen Deal? Nein, den gab es nicht und den kann es auch gar nicht gegeben haben. Der widerspricht sich schon an sich. Ich sage, das ist ein Unsinn in der Darstellung. Im Übrigen, in der anonymen Anzeige kommt das nicht vor. Faktum ist, man hat gar nicht die Möglichkeit, diese Behauptungen, die da aufgestellt worden sind, zu entscheiden. Wir haben es vorhin im Vorgespräch schon ganz kurz angesprochen. Nächste Woche erscheint ein Buch über die Ibiza-Affäre von den beiden Journalisten Friederik und Bastian Obermeier. Ich habe Sie richtig verstanden, Sie haben das Ibiza-Video bisher nicht in der ganzen Länge von sieben Stunden gesehen. Ich habe die, ich sage, Passagen der sechs Minuten dreißig, die da zusammengeschnitten worden sind und auch aus dem Gesamtkontext gerissen worden sind, wie jeder andere Bürger gesehen. Mein Anwalt hat zu Recht die investigativen Journalisten freundlich angeschrieben und gebeten, uns eine Kopie der sieben Stunden auszuhändigen, damit wir und ich als Betroffener das einmal sehen kann und auch zur Aufklärung dienlich sein kann. Das hat man uns verweigert und ich frage mich, warum? Weil man vielleicht doch in den sieben Stunden erkennen könnte, dass einiges, was da in der Verkürzung gebracht wurde, nicht investigativ in Ordnung war. Das Buch selber kommt erst nächste Woche raus. Es kursieren aber auch schon Zitate, teilweise Buchseiten auch in den sozialen Medien. Unter anderem auch eine Seite, in der Sie über die Casinos Austria reden. Ich darf da noch einmal zitieren, angesprochen auf die Casino-Konzessionen, sagen Sie, wir sind gegen das Monopol, dieses Monopol wollen wir aufbrechen und zusätzlich machen Sie, als es um die Casinos Austria geht, eine Halsabschneide-Geste. Können Sie sich das noch erklären? Schauen Sie, dass wir immer das Monopol aufbrechen wollten, können Sie aus unserem Programm auch lesen, das ist etwas, was immer ein freiheitlicher Grundsatz war, aber was man in einem sehr eigenartig und zu hinterfragenden Zustand sagt, das ist die Frage, wie ist man dort hingeführt worden? Ich kann für mich sagen, das entspricht nicht meinem Verhaltensmuster und wenn ich diese Bilder sehe, so weiß ich, das bin nicht ich. Diese mutmaßlich russische Oligarchen-Nichte wollte die Kronenzeitung kaufen und im Fall von wohlwollender Berichterstattung haben Sie versprochen oder in Aussicht gestellt Staatsaufträge. Thema Strabag, Sie wollen die Aufträge der Strabag wegnehmen und dann an ein etwaiges Unternehmen dieser Oligarchen-Nichte vergeben, Sie reden auch über Parteispenden an die FPÖ, über Vereine am Rechnungshof vorbei. Haben Sie da versucht, die Republik zu verkaufen? Nein, eben im Gegenteil, denn ich habe immer klar hingewiesen, wer spenden will, kann spenden aus idealistischen Gründen auf Basis unseres Parteiprogramms, denn wir stehen hinter diesem Programm und genau das wollen wir durchsetzen. Ich habe immer von rechtskonformen und gesetzeskonformen Möglichkeiten gesprochen, welche Spendemöglichkeiten es gibt und nicht mehr und nicht weniger und ich habe immer davon gesprochen, dass es ganz klare gesetzlich vorgegebene Ausschreibungskriterien gibt, wo natürlich jedes Unternehmen teilnehmen kann, aber dann auch im Sinne der Ausschreibung die Bestqualifiziertesten und die Besten auch den Zuschlag erhalten. Sie haben im Video auch mehrere Namen und Unternehmen genannt, die angeblich spenden würden an die FPÖ zwischen einer halben und zwei Millionen Euro. Sie haben da genannt Gaston Glock, Heidi Horten, René Benko, Novomatic. Warum haben Sie das gemacht, wenn Sie jetzt im Nachhinein sagen, es gab nie Spenden von denen? Ich habe es sehr klar zum Ausdruck gebracht, dass hier Dinge aus dem Gesamtzusammenhang gerissen worden sind. Ich habe aber auch zum Ausdruck gebracht, dass ich in einem unschönen, ich sage nicht nüchternen Zustand war und dass ich auch da oder dort geprahlt und übertrieben habe. Warum? Denn wenn man gefragt wird, welche Spender habt ihr hier und man hat keine, dann kann das vielleicht auch einen peinlich sein und ich habe damals dort, das kann ich auch sehr schön belegen, ich kenne die Heidi Horten gar nicht persönlich, ich habe mit ihr nie gesprochen. Ich habe dann in dem prallerischen Zustand mir überlegt, wen gibt es da als Möglichkeiten und habe unter anderem auch die Heidi Horten genannt, ich kenne sie nicht einmal persönlich. Kommen wir nochmal zurück zu den Vereinen und den möglichen Parteispenden. Sagt Ihnen der Verein Austria in Motion etwas? Ja. Was sagt er Ihnen? Dass das ein Verein ist und da hat es eine Vereinsstruktur gegeben und die kennen sich das öffentlich und da hat es auch eine Überprüfung gegeben und die sind hochkorrekt auch umgegangen. Es gab im Frühling 2017, ich weiß nicht, ob Sie sich noch erinnern, ein Treffen zwischen Ihnen, dem damaligen FPÖ-Generalsekretär Gickel und einem österreichischen Millionär. Können Sie sich an dieses Treffen noch erinnern? Wissen Sie, was da besprochen wurde? Ich wünschte nicht, welcher österreichischer Millionär das sein sollte, tut mir leid. Okay. Das heißt, Sie können sich anders Treffen an sich auch gar nicht mehr erinnern. Mit einem österreichischen Millionär, mit Herbert Gickel? Was meinen Sie da? Sie zu dritt. Also Sie, Herbert Gickel und ein österreichischer Millionär in einem Gespräch, in dem es umspenden gegangen sein soll. Wüsste ich jetzt nicht, welches das sein kann. Aber ja, es kann schon sein, dass man irgendwelchen Persönlichkeiten die Möglichkeit angeboten hat, einem Verein für gemeinnützige Inhalte auch zu spenden. Dieser Verein sitzt derzeit aktuell auf einem Vermögen von 382.000 Euro. Das ist nicht wenig Geld, ist aber auch noch nie öffentlich aufgetreten, hat noch keine wirkliche Arbeit gemacht. Was hätte mit diesem Geld passieren sollen? Das müssen Sie die Vereinsverantwortlichen fragen, die offenbar hier ganz konkrete Überlegungen angestellt haben. Viele stellen sich natürlich auch die Frage, was ist nach der Veröffentlichung des Ibiza-Videos passiert, nämlich in der türkisblauen Koalition. Die ÖVP erzählt Folgendes. Sie hat den Rücktritt von Ihnen gefordert und den Rücktritt von Herbert Gickel als Innenminister. Die FPÖ hat immer behauptet, es ging immer nur um Ihren Rücktritt und vielleicht auch noch den Rücktritt von Johann Godenus, aber nie um den Rücktritt von Herbert Gickel. Wie hat sich das Ihrer Meinung nach abgespielt? Nicht meiner Meinung. Ich habe es erlebt. Ich war der Hauptbetroffene und bin der Zeuge dafür. Ich habe also, nachdem ich von den Journalisten angeschrieben worden bin, der Süddeutschen und des Spiegels mit Fragen konfrontiert wurde, mich auch mit Beratern zusammengesetzt, um das zu beantworten, habe den Bundeskanzler informiert, habe dann um ein Gespräch gebeten, hatte dieses Gespräch mit ihm. Es waren dann auch dabei seine rechte Hand, der Herr Steiner, bei mir der Herbert Gickel. Und ich habe dort gesagt, ich muss mich entschuldigen für meine despektierlichen Äußerungen, auch ihm gegenüber, für die fürchterlichen Gerüchte. Und ich habe gesagt, ich stehe nicht an, zurückzutreten. Und er hat mir dann daraufhin versprochen, wenn ich zurücktrete als Vizekanzler, aber auch alle Funktionen der Partei zurücklege, verspricht er mir, dass er diese Regierung fortsetzen wird. Aus Ihrer Warters hat Sie Sebastian Kurz angelogen, kann man das so sagen? Man kann es als Wortbruch bezeichnen und man kann sich die Frage stellen, ist da zwischen meiner Rücktrittserklärung um 12, denn ich bin ja um drei Viertel zwölf von ihm weggegangen zu meiner Rücktrittserklärung, was ist da passiert zwischen 12 Uhr und 13 Uhr? Denn er hat fix versprochen, um 13 Uhr seine Erklärung abzugeben. Er hat noch bei meiner Erklärung darum ersucht, diese Vereinbarung nicht zu erwähnen. Er hat mich extra ersucht, bitte sagt nicht, dass wir die Vereinbarung haben, dass es eine Fortsetzung gibt und dass Hofer als Vizekanzler von mir angesprochen werden wird, hier weiterzutun. Ich habe seinem Wunsch Erfolge geleistet und diese Vereinbarung damals ausgespart. Um 13 Uhr kam dann der Anruf, dass alles anders ist, dass er nicht fortsetzen kann, die Erklärung nicht geben kann, sondern Herbert Kickl zurücktreten muss. Sehen Sie Herbert Kickl als Innenminister oder als Minister in einer anderen Funktion als gesetzte Grundlage für eine Neuauflage von Türkisblau? Schauen Sie, ich bin aus Staatsressort zurückgetreten, um diese gut arbeitende Regierung auch weiter sicherzustellen. Und mit dem Wort des Sebastian Kurz, auf das habe ich mich verlassen. Das ist natürlich eine große Enttäuschung, dass man sich da nicht ans Wort gehalten hat. Und dass danach dann so eine Finte passiert, die wird vielleicht längerfristig geplant worden sein. Zuerst mich, wenn man so will, entledigen und dann den Rücktritt des Innenministers fordern, damit vielleicht nicht eine rasche und nachhaltige Aufklärung stattfinden kann. Aber um auf die Frage zurückzukommen, ist Kickl als Minister eine Bedingung für Sie für eine Neuauflage von Türkisblau? Ich denke, dass es sehr wohl wichtig ist für jede Regierung, dass man, wenn man in Regierungsverhandlungen geht, die entsprechende Kraft braucht, die entsprechenden Inhalte umsetzen muss und auch das Personalpaket für Minister selbst entscheidet. Das können andere Parteien nicht entscheiden. Das sind ja Grundvoraussetzungen für eine vertrauensvolle und nachhaltige Zusammenarbeit und für das Land muss weiterzubrechen. Das heißt, Sie sehen es dann doch als Vorbedingung? Ob Herbert Kickl Minister werden will, weiß ich nicht, aber man kann es ihm sicherlich nicht verweigern. Gehen wir vielleicht noch einmal kurz zurück auf Ihre persönliche Zukunft. Nächstes Jahr sind in Wien Wahlen. Wollen Sie antreten? Also zum einen wissen Sie, dass ich mit meiner Rücktrittserklärung sehr klar und deutlich gesagt habe, meine volle Konzentration gilt der Aufklärung dieses illegalen und kriminellen erstellten Videos. Das ist weiterhin mein Fokus. Darauf richten wir uns und selbstverständlich wird es dazu notwendig sein, die sieben Stunden des Videos auch zu sehen. Und ich frage mich daher, warum die Journalisten nicht bereit sind, dazu Aufklärung beizutragen. Das wird vielleicht einen Grund haben, den man einmal kritisch hinterfragen sollte. Aber wenn das Video jetzt bis zur Wien-Wahl in diesen sieben Stunden nicht veröffentlicht wird, wenn die Ermittlungen weiterlaufen, werden Sie nicht antreten? Wenn die Ermittlungsbehörden nicht interessiert sind an der Aufklärung, dann muss man das auch bewerten. Das heißt, Sie schließen aber nicht aus, in Wien anzutreten, auch wenn die Vorwürfe gerichtlich noch nicht geklärt sind oder die Ermittlungen noch nicht abgeschlossen sind? Na selbstverständlich, denn was heißt das denn? Dass man Menschen mit Dreck bewirft und da Anschuldigungen stellt, wo nichts dran ist, um sie dann politisch loszuwerden, das kann in der Demokratie nicht gelten. Ich habe eine saubere Weste und ich sage, ich lasse mich nicht in der Art und Weise hier diskreditieren, da werde ich kämpfen. Und ich sage, die animieren mich fast, dass ich darüber nachdenke, so rasch wie möglich auch politisch zurückzukommen und vielleicht in Wien ein Comeback zu starten. Also Wien 2020, durchaus realistisch. Das ist eine Möglichkeit. Man soll nie etwas ausschließen. Das Interview mit Heinz-Christian Stache hat mein Kollege Patrick Gruska geführt.